hey leute willkommen weiteres neuzugänge video alle die das ein bisschen verfolgt haben haben wir gesehen ich hatte ja für die zeitspanne august bis dezember 2016 ein video geplant und das aufgeteilt wir hatten in den letzten wochen den august den september den oktober und somit sind wir jetzt beim november sind auch wieder ein paar schöne sachen dazu gekommen ich muss jetzt nur mal schauen das sind ein paar größere sachen dass ich das jetzt mal hier so hinstellen dass man das auf der cam auch recht gut erkennt zum einen mal die gears box die meine alte day one edition abgelöst hat oder noch ablösen soll die wird jetzt da mittlerweile oder langsam eingemottet die hat auch einen viel geringeren speicherplatz und ja hat mittlerweile ihre jährchen auf dem bockel ich bin eigentlich von der slim nicht ganz so begeistert man sieht halt das ganze ding ist halt ein bisschen abgespeckt man kann über die ein oder andere sache halt streiten wie zum beispiel den cd auswurf dass der halt nicht mehr per touchscreen funktioniert sondern halt eben durch einen knopf die optik brauchen überhaupt nicht darüber reden das ist keine lackierung sondern das sind wirklich kerben sei es jetzt im controller sei es an der konsole das ist wirklich richtig schön geil designt das macht was her die konsole gibt wieder die sounds von sich also alles in allem eine coole sache überhaupt keine frage ich meine sie läuft halt nicht leise sie ist auch nicht wirklich schneller und ja aber ansonsten ich habe von der 360 auch die gears edition das passt schon negativ faktor ganz eindeutig ist das spiel die es auf wo 4 weil wenn ich schon so eine edition habe und so eine edition kaufe oder verkaufe dann kann ich eigentlich erwarten dass ich in hülle und cd vor mein spiel bekommen aber nein es war als code dabei gut den code habe ich schon lange hergegeben ich kann damit nichts anfangen und ja alles in allem so viel mal zur gears konsole jetzt muss ich gucken wie ich das hier irgendwie ins bild bringe machen wir einfach hier mit weiter das sind playstation zwei spiele von facebook hauptsächlich ein mix wie jetzt zum beispiel das arctolat spiele die ich schon hatte oder noch nicht hatte in dem fall ich habe das noch nicht das ist zum ersten mal dazu gekommen andere spiele hatte ich schon mal habe ich verkauft das ganze set das werdet ihr gleich sehen das ist so ein bisschen spezialisiert auf rollenspiele hauptsächlich ja sind einige schöne titel dabei die für mich auf jeden fall in die sammlung gehören wo ich eventuell sogar vielleicht mal schaffe den ein oder anderen titel in naher zukunft mal zu spielen die hüllen müssen alle noch gereinigt werden eventuell muss ich höhlen austauschen das muss ich sehen ein problem an der sache ist halt dass man ja zwar höhlen bekommt die auch diesen memory card holder haben also diese ausstanzung hier nur die sind halt trotzdem einfacher billiger das merkt man auch wirklich stark weil die kann man schon fast zerdrücken verbiegen mit zwei händen und ja da merkt man den deutlichen unterschied eben zu den originalen aber ja einen anderen weg habe ich bisher noch nicht gefunden also ich habe kein original playstation 2 spiel entdecken können was man jetzt hundertmal kaufen könnte zur minimalpreis und dann die ganzen dinger eben als ersatzhüllen verwenden könnte also ich muss gucken ich mache die dinge sauber ich tausche die notfalls aus und dann werden wir schon sehen wie es am ende aussieht hier haben wir zum beispiel einen titel der war halt dabei im set den habe ich allerdings schon der kommt weg genauso die sammler edition die nicht besonders ist aber naja dennoch die habe ich auch sie kommt auch weg dann haben wir hier noch das zuikoden tactics kommt schon noch einiges hier wie ihr seht hier schon wieder einen titel das extreme g racing ich glaube das ist der dritte teil ja die hüllen ich meine da frage ich mich halt immer wieder es ist vollkommen egal ob es playstation hüllen sind ob es gamecube hüllen sind ob es xbox classic hüllen sind oder ob es meinetwegen auch 360 hüllen sind wenn ich so ein spiel kaufe tja dann dann sieht das spiel also die verpackung halt auch neuwertig aus ich habe keine ahnung wie man den dreck da drauf kriegt die ganze schlieren die ganzen kratzer oder meinetwegen jetzt halt eben noch so diese einkerbungen diese ja das ganze zeug also bei einer normalen handhabung wenn man ein bisserl auf der zeug aufpasst sollte und dürfte sowas eigentlich nicht passieren naja aber ja ich meine ganz besonders schlimm ist ja der ganze sportspiel kram da passt überhaupt keiner mehr drauf auf wobei ich das irgendwo verstehen kann ja muss man fairerweise dazu sagen so dann habe ich hier eine ja also kein offizielles spiel der ein oder andere dürfte das ding noch kennen ist von einem bekannten forum ins leben gerufen worden produziert worden ist halt leider natürlich nicht original schaut dennoch sehr gut aus die leute haben sich da echt mühe gegeben ist ein schickes ding ist meine ich auch limitiert wüsst aber jetzt nicht auf wie viel bin ich froh dass ich da damals eins von bekommen konnte und freue mich natürlich auf alles weitere was als nächstes da kommen wird ist das ist ja momentan noch in der mache da bin ich natürlich auch sehr sehr gespannt vor allem auf die ganze optik dann haben wir hier ein poster set auch recht schön gemacht mit dem karton von doom das habe ich von einem spätsel von gamestop mitgenommen da freut man sich auch immer wenn man da hinkommt und er gibt einem dann wieder ein paar schöne wachen in die hand ein weiteres poster was ich leider jetzt nicht zuordnen kann ich werde es auch nicht öffnen da ich leider keinen platz dazu habe es irgendwo auf zu hängen und allgemein noch nicht mehr wirklich so der poster freund bin dann haben wir die fan edition von killer ist interessant an der sache ist ich hatte eigentlich bei einem österreichischen händler die at version gekauft die auf dem bild auch angegeben war und die auch in der beschreibung erwähnt wurde bekommen habe ich usk ich meine ich bin froh dass ich das spiel überhaupt erst mal in der edition und in einem neuwertigen oder unbeschädigten zustand habe dennoch erzählt der kerl mir dann auf einmal ja das gibt es überhaupt nicht als pegi keine ahnung warum bietest du es dann an weil ich möchte es als pegi weil mich das usk logo nervt aber nun gut weiter geht es mit ein paar wirklich schön designten autos ich als alter bmw fällen habt die dinger gesehen die sind anlass 100 jähriges bmw jubiläum die sind toll verarbeitet sie es sind insgesamt acht stück ihr seht ihr sind daher oben durchnummeriert dass eben war die 1 das ist die 8 motorrad ist auch dabei die werden natürlich nicht geöffnet die kommen in meine kleine bmw vitrine da sind also die ein oder anderen bmw fanartikel halt drin und ja da kommen die halt dazu heben sich qualitativ optisch ganz leicht ab jetzt sag ich mal von diesem 0815 zeug was man in den wühlkisten der spielzeugketten et cetera findet wer nur halbwegs bisschen interesse an bmw oder eben den hot wheels matchbox was auch immer autos hat kann sich die ja mal anschauen die dürfte überall eigentlich noch zur genüge geben so das waren die acht stück dann habe ich ein mega cd spiel normal bin ich kein mega cd us käufer in dem fall road avenger in der schönen pappbox und das dann noch in einem ziemlich ordentlichen zustand der da konnte ich dann doch nicht nein sagen das war ein ausnahmefall und ja freue ich mich darüber dass ich den titel habe ansonsten schaue ich eigentlich nur nach den us exklusiven sachen projekt zero hatte ich damals bei amazon bestellt ich hatte eine box gekriegt die war hier und recht geknickt sah halt nicht so schön aus umtauschen konnte man sie nicht weil die keine mehr hatten durch einen netten kerl sage ich jetzt mal auf facebook konnte ich diese absolut unbeschädigte version bekommen ich habe das ganze dann einfach ausgetauscht also jetzt am ende alles paletti ebenfalls ein austausch wo ich mich sehr sehr darüber gefreut habe ist der wonderswenn und zwar in der final fantasy edition in dem fall die zweite version meiner war ja hier so ein bisschen leicht beschädigt hat ein paar marken halt gehabt der ist jetzt 1a fragen muss ich euch aber leider sagen könnt ihr euch sparen weil der alte leicht schlechtere im zustand ist schon weg also hat sich erledigt der nette marcel hat mir geholfen auch das kapitel seifunfalter mal abzuschließen oder siffenfilter wie auch immer das spiel ist beschädigt worden und zwar so stark dass das cover vorn und hinten beschädigt war ja ich konnte soweit nicht mehr gebrauchen habe von ihm das ding im 1a zustand gekriegt ja also danke noch mal lieber marcel hat mich sehr gefreut weil eben wieder ein kapitel abgeschlossen werden konnte dann geht es weiter mit dem pre-sequel von borderlands ja ich bin kein borderlands fan aber das ding habe ich mir damals trotzdem mitgenommen let's dance die us-version wie ihr hier an dem tollen tee unten seht heißt in deutschland let's dance with meldy ist im prinzip dasselbe spiel geht doppelt auf gamerscore dann kam ein bisschen was noch mal für die playstation 2 einmal zombie attack dann kommt noch mal ein xbox 360 spiel ihr seht es ja selber brauche ich nicht vorlesen ist nichts besonderes zombie zone also ich glaube so langsam dürfte ich alle zombie spielchen beisammen haben für die playstation 2 dann haben wir noch right übrigens ziemlich cool gewesen für die 360 einmal right für die xbox one dann haben wir wrc für die 360 und einmal die e-sports edition für die xbox one dann wieder ein full set titel weil sonst könnte ich eigentlich mit monster high nicht wirklich was anfangen das ding ist auch noch zu ich werde es irgendwann mal spielen weil das soll ein leichter gamerscore sein da sagt dann der phil doch nicht nein ein film auf empfehlung von einem guten kumpel ich kenne ihn nicht aber er liest sich interessant mal schauen wann ich dafür zeit habe ihn anzuschauen mx gp2 klar resident evil 5 ja ich bin resident evil fan der ersten stunde für mich ging die serie abteilt nach unten teil 5 ist irgendwo seinerzeit der tiefpunkt gewesen weil wenn ich action will wie in teil 5 auch wenn natürlich der co-op modus ganz cool sein mag da brauchen wir gar nicht drüber reden aber wenn ich action möchte ja dann spiele ich halt meinetwegen army of two oder ähnliches im koop aber da brauche ich kein resident evil also ich meine resident evil steht für mich immer noch irgendwo für horror und nichts anderes der horror faktor alleine weil die ganzen schauplätze ja super mega beleuchtet sind in dem spiel dann kommt da ja mal viel viel zu kurz so jetzt muss ich hier mal ein bisschen bauen weil dann schiebe ich euch den klotz hier rein da dürfte sich der ein oder andere auch noch dran erinnern das ist die collectors zu battlefield 1 die einen viel 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 zu hohen preis am anfang hatte die netten herrschaften haben sich aber recht schnell einbekommen oder eingekriegt und haben das ding dann zu einem normalen preis angeboten weil die box selber super gemacht echt schön die figur da drin ich persönlich meine auch die ist jetzt das ist jetzt keine super mega hochwertige statue aber die ist echt in ordnung ja genauso wie die von mirors edge und ja spiel war usk version das habe ich mittlerweile schon hergegeben aber die edition des echten hingucker ist ein schönes ding so wir haben jetzt hier so ein bisschen das video der großen verpackungen dann muss ich noch ein stück zurück rutschen und skylanders ihr gerät usk ich konnte aber nicht nein sagen es war bei unserem mediamarkt im abverkauf es ist die dark edition also die umfangreichste edition die man bei den skylander packs bekommen kann skylanders selber bin ich auch ehrlich ist nicht so ganz mein ding also da ist doch eher mit infinity bei mir zu zu rechnen aber dennoch zu dem preis konnte ich selbst für die usk version nicht nein sagen aber wenn du dir das ding aus uk oder was kommen lässt dann sieht das definitiv nicht mehr so gut aus wie diese jetzt hier so paar kleinigkeiten einmal wieder ein gameboy spiel kirbys block ball 1er zustand ich spare mir es jetzt aufzumachen anleitung ist drin und sieht ebenfalls neuwertig aus ein sehr sehr geiler titel den ich länger gesucht hatte ist under defeat hd oder hd ganz besonders an der edition ist mal davon abgesehen dass das spiel cool ist jeder der es nicht kennt sollte es sich mal angucken die xbox 360 version und die haben halt noch die dreamcast version bei gepackt selbst eigentlich wenn man sie so kauft gar nicht mal so günstig ist wobei under defeat selber auch in der edition nicht unbedingt ein schnapper ist kleiner nachzügler noch das steelbook was in der battlefield edition drinnen war und das spiel selber befindet sich noch mal in einer grünen box dann haben wir root double das ist auch wieder eine sehr schicke also die haben es echt drauf da eine sehr schicke japanische collectors edition für die 360 ich habe irgendwo vor kurzem auf facebook das thema aufgeschnappt da haben sich leute gestritten wegen sealed resealed und so weiter und wie doch in japan die spiele doch angeblich immer sealed wären also wenn man da genau hinschaut das ist nämlich genau der fall es gibt viele japanische verkäufer und händler die tun die dinger selber so in tütchen einschweißen oder einpacken und hier dann kleben aber das sieht eigentlich jeder blinde dass das also keine original verschweißung ist vielleicht ganz toll aus schützen tut es eigentlich vor nichts also wenn man das ding nicht ordentlich verpackt kommt trotzdem kaputt an folie hin oder her aber das kommt mir jetzt gerade bei dem thema noch so dann kommen wir zum absoluten highlight und zwar eine wieder beschaffung ich müsste jetzt lügen ich meine ich hätte damals die us gehabt ich hätte die us auch gerne wieder allerdings ist das alles irgendwo eine geldfrage und es muss man ganz ehrlich sagen irgendwo hört es dann halt auch einmal auf ich bin froh dass ich es wieder habe kommt von einem uns allen wahrscheinlich bekannten herren von facebook kontakt ist bei uns beiden leider momentan ein bisschen eingeschlafen dennoch danke nochmal an dich für das tolle spiel in diesem tolle zustand dass ich es endlich wieder in der sammlung begrüßen durfte und ja gucken wir mal ob sich noch irgendein metal slug is titel in meine sammlung verirren wird in den nächsten monaten oder jahren so kleinigkeit kirby planet robobot ja 3ds mal eins der spiele oder limited edition text die nicht gleich vom preis ins bodenlose gefallen sind freut mich weil viele andere die ich geholt habe die hätte man sich auch für ein zehntel des preises später holen können wird mir nicht mehr passieren aus fehlern lernt man dann haben wir wrestle war mega drive auch nichts besonderes aber war sehr guter zustand ist mir für einen fairen preis über den weg gelaufen habe ich mitgenommen ebenso dass babsi 2 hat mir noch gefehlt das ist ja auf mega drive deutlich leichter zu finden und zu bezahlen als zum beispiel am super nintendo so dann habe ich noch diesen fetten klopper hier rutsche ich noch mal einen fund zurück und zwar ist das die big ben edition von assassin's creed syndicate in dem fall jetzt nicht die edition ich mache ja schon mal das ziffernblatt hier ab das ist so ein recht aggressiver magneten den kann man hier schön abnehmen in dem fall die edition die es im ubistore gab die unterscheidet sich minimal von der normalen version aber dennoch ich wollte diese haben ich habe diese bekommen zu einem sehr fairen preis das ganze klappt man dann hier auf dann kommt die figur zum vorschein also alles so assassin's creed typisch recht cool und schön gemacht wenn jetzt denkt das ist schon alles gewesen nein schalte ich euch die kamera jetzt mal ein bisschen hoch da zieht man nämlich daher hinten dann kommt hier noch der flachmann das steelbook da ist eigentlich noch ein poster drin was jetzt scheinbar irgendwo da innen reingefallen ist ja und alles in allem eine schöne edition negativ anzumerken für mich aber andererseits heutzutage normal siehe battlefield und co es ist kein branding drauf also ich sehe auf den ersten blick jetzt nicht ist das 360 ist das ps4 ist das xbox one was weiß ich es ist halt eine edition für alles und dann wird oben drauf einfach das spiel geschmissen aber das kommt mittlerweile irgendwie mode und ja scheinbar wird das wahrscheinlich auch so bleiben einziger vorteil wäre wenn die 360 one version wieder mal überall ausverkauft ist dann holt man sich halt günstig die ps4 version wechselt einfach nur das spiel aus und hat seine ruhe ja gut es hat auch vorteile je nachdem wie man das ganze zeit betrachten möchte so dann habe ich noch ein bisschen lektüre ich spare mir jetzt die gewohnten monatlichen hefte hier mit reinzulegen das heißt die m games die game pro und so weiter und so fort jetzt mal nur die etwas größeren klassiker hier die retro gamer das jahrbuch naja die normale retro gamer dann haben wir hier noch die 1 schon von 2017 und irgendwo müsste eigentlich noch die nintendo story rumliegen keine ahnung aber hier ist zumindest mal die sega story das war mal angeheft alles und somit wäre ich auch schon wieder durch mit meinem video das waren jetzt die zugänge für den november ich werde schauen dass ich dabei ja schon das jahr 2017 haben ja dass ich die dezember zugänge auch noch möglichst schnell über die bühne bringe und dann geht es geplanter weise ende januar dann ganz normal weiter mit zugänge januar februar und so weiter und so fort dann ist das alles wenigstens auch halbwegs im zeitfenster richtig ja was die zugänge angeht mut leute ich hoffe es war wieder halbwegs interessant lasst mir wie gewohnt ich sag's gerne immer wieder lasst mir abos da lasst mir kommentare da lasst mir likes da alles freut mich und ich wünsche euch was bis die tage